Hallo zusammen, ich begrüße euch aus dem absoluten Chaos, aber es gibt endlich mal wieder einen Vlog. Es war ein bisschen ruhig hier auf dem Kanal, lag einerseits ja noch an so ein bisschen Babypause und dann waren Sommerferien und dann war der Große ja auch zu Hause und da habe ich auch gar nicht wirklich so viel drehen können. Dann waren wir auch noch mal im Urlaub und sind jetzt seit kurzem wieder zu Hause und das war sehr, sehr schön. Wir waren in Tunesien, Familiebesuch und ich habe ja hier auch so ein paar Shots dazu gepostet. Wir waren aber auch auf Jerba und waren da in dem Ferienhaus und es war einfach wunderschön. Wir hatten ein ganz tolles Haus und es war wirklich richtig entspannt, weil halt auch Großeltern mit dabei waren, die dann halt auch einfach mal was mit dem Großen gemacht haben und der Kleine, der Knirps ist ja sowieso recht entspannt, muss ich sagen und deswegen war das tatsächlich eine sehr erholsame Woche auf Jerba. Es war sehr schön. Ich habe dazu auch sehr, sehr viel auf Instagram zugemacht, habe den ganzen Urlaub so ein bisschen begleitet und habe auch ein Highlight zuerstellt. Das heißt, wenn ihr Lust habt, schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ja, da gibt es dann auch immer mal wieder ein paar Einblicke in meinen Alltag und falls nämlich auch mal irgendwie längere Zeit kein Video kommt oder mal eine Woche ausfällt oder ich das irgendwie um ein, zwei Tage verschieben muss oder so, erfahrt ihr das dann auch immer da in den Storys. So, genug Eigenwerbung gemacht bei Instagram. Sonst geht es uns aber wirklich ganz gut. Wir sind voll jetzt wieder in unserem Alltag angekommen. Vor allem sind wir sowieso im Alltag mit zwei Kindern absolut angekommen, muss ich sagen. Uns geht es wirklich, kann man nicht anders sagen, uns geht es wirklich gut. Deswegen soll es jetzt auch hier endlich wieder weitergehen mit den ganzen Videos und deswegen nehme ich euch heute so durch unseren Alltag mit. Heute ist der Große auch nicht im Kindergarten, der ist zu Hause. Wir hatten heute Morgen einen Termin beim Kinderarzt zum Hörtest, also einfach nur so eine Regeluntersuchung und man hört ihn wahrscheinlich im Hintergrund. Oh, wo ist das? Da war aber alles gut. Der Knirps, der ist ja auch hier sowieso und deswegen versuchen wir irgendwie heute so durch den Tag zu kommen. Mal gucken, was wir machen. Später haben wir nochmal einen Arzttermin. Das heißt, da müssen wir nochmal raus. Jetzt haben wir aber erstmal hier zu Hause ein bisschen Zeit zu überbrücken. Ich mache gleich Mittagessen. Ich werde später dann für heute Abend was kochen und was ich vor allem auch machen muss, ist sehr, sehr viel Wäsche. Ich habe schon ein bisschen weggefaltet, da steht der hinter mir. Aber wie das halt nach dem Urlaub so ist, jede Menge Wäsche, kennt ihr wahrscheinlich. Da ist der kleine Knirpsi, der sitzt in seiner Wippe und er hat in einer Tour die Fingerchen im Mund und sabbert. Jetzt gerade lutscht er am Daumen, das macht er nämlich auch mal ganz gerne. Deswegen, ich habe ihm heute mal ein Haltstüchlein angezogen. Es ist auch schon ordentlich nass gesabbert. Ja, ich glaube, da könnte bald das erste Zähnchen kommen. Der Große hat sein erstes Zähnchen mit vier Monaten bekommen. Er ist jetzt drei Monate und könnte mir vorstellen, dass er mit vier Monaten, dass es bei ihm dann auch so weit ist. Ja, jetzt gerade ist er mit seinem Däumchen aber sehr zufrieden. Ich mache jetzt die erste Maschine für den Tag an. Ich verwende das Waschmittel von Everdrop. Falls euch Everdrop nichts sagt, bei Everdrop bekommt ihr alles für den Haushalt. Putzmittel, Spülmittel, Spülmaschinentabs, Waschmittel und was Everdrop so besonders macht, ist, dass ihr die Putzmittel beispielsweise selber anmischt. Ihr bekommt eine Glasflasche und dann habt ihr bei Everdrop nämlich Tabs oder auch einen Pulver und das wird einfach in Wasser aufgelöst. Das heißt, mit den Produkten von Everdrop habt ihr weniger Plastik, weil ihr diese Glasflaschen immer wieder auffüllen könnt. Das Ganze ist somit eine nachhaltigere Alternative für den Haushalt. Finde ich super. Ich bin sehr begeistert von den Putzmitteln. Ich habe schon einige durchprobiert. Ich habe jetzt ganz neu den Universalreiniger zu Hause. Den muss ich noch testen. Aber ich bin mir sicher, dass er mir genauso gut gefallen wird wie die anderen Everdrop Produkte, die ich bisher getestet habe. Das Waschmittel mag ich auch sehr gerne. Ich liebe den Geruch. Und es gibt diese schönen Aufbebauungsboxen, die finde ich auch äußerlich einiges hermachen. Und falls ihr das Waschmittel von Everdrop schon kennt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich hier noch die alten Packungen habe. Das wurde vor kurzem das Waschmittel ein bisschen geändert. Auch die Verpackung. Und ihr bekommt aber noch das alte für kurze Zeit zu kaufen im Everdrop Warehouse. Da bekommt ihr manche Produkte sehr, sehr stark reduziert. Um bis zu 40 Prozent. Da kommt ihr aber nur mit meinem Link hin. Den findet ihr in der Infobox. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Außerdem gibt es auch noch eine 3 für 2 Code. Das heißt, wenn ihr drei Artikel kauft, zahlt ihr nur zwei Stück. Deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei. Die Codes blende ich euch hier ein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen der geretteten Produkte. Und der 3 für 2 Code, der gilt sogar on top noch da drauf. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Mama, warum kommt das denn Dampf? Das ist Wasserdampf, weil das Wasser kocht. Mama, ich bin also Oma. Wir müssen eine alte Oma machen. Ich wollte aber ohne Käse. Ich wollte es ohne Käse. Okay, da. Mittagessen ist fertig. Das ist mein Teller. Der sieht ein bisschen trostloser aus. Aber lecker ist es trotzdem. Ja. Und meiner ist so zum Versorgen. Und der ist ganz lecker. Und ich bin ein bisschen krank. Und mit dem Essen werde ich sehr schnell wieder gesund. Richtig. Und der Kleine schläft jetzt auch. Genau. Und warum hast du eine Winterjacke und deine Matschhose an? Damit ich auch schnell wieder gesund werde. Ach so. So, guck mal. Was möchtest du denn? Da musst du nur aufpassen, da ist ein Fahrradweg. Weiß nicht. Weißt du. Okay. Knips und ich sitzen gerade im Auto. Irgendwie ist der Nachmittag so ganz anders verlaufen, als ursprünglich geplant war. Wir waren beim Arztbesuch und es hat sehr, sehr, sehr schnell gegangen. Also wir waren echt nur so vielleicht 15 Minuten insgesamt drin mit Wartezeit. Was jetzt für so einen Orthopäden, wo wir nämlich waren, sehr selten ist, muss ich sagen. Wir haben da auch super schnell einen Termin gekriegt. Also ja. Und ich war halt auch echt sehr zufrieden, muss ich sagen. Ein sehr, sehr netter Arzt. Und irgendwie haben wir jetzt da noch Dinge erledigt. Und jetzt gerade stehen wir auf dem Niedelparkplatz. Wir haben nämlich beide keine Lust auf das, was eigentlich fürs Abendessen geplant war. Und also der Junior hat sich Krebs zum Abendessen gewünscht. Deswegen soll er die auch kriegen. Aber wir haben keine Eier mehr. Das heißt, wir müssen Eier kaufen. Und dann haben wir Mann und ich gesagt, okay. Wenn wir jetzt sowieso schon im Deal sind und Eier kaufen müssen, dann lass uns doch noch das und das und das kaufen. Dann können wir das und das zum Abendessen machen. Ja. Jetzt stehe ich hier. Der Knips schläft. Der schläft schon den ganzen Nachmittag. Ich habe den beim Arztbesuch jetzt gerade in der Tage gehabt. Und das klappt auch eigentlich immer echt wunderbar mit ihm, muss ich sagen. Und der ist nicht einmal wach geworden jetzt. Also es ist jetzt auch schon fast halb sechs. Jetzt regt er sich gerade so ein bisschen. Es ist halb sechs und der schläft seit, wann sind wir los? Wir hatten um drei den Termin. Wir sind um halb drei los. Und seitdem schläft er. Aber ich muss dazu sagen, dass er vorher ganz untypisch für ihn, so eine, ja, auf einmal aus dem Schlaf raus auch, so angefangen hat zu weinen und sich gar nicht mehr hat beruhigen lassen. Und das ist einfach super untypisch für ihn. Und ich war schon fast kurz davor, mit ihm zum Arzt zu fahren, weil er auch so, es war so ein Schmerzschrei einfach. Also irgendwas hat ihm, hat ihm, muss ihm tierisch weh getan haben, was das gewesen sein könnte. Ich weiß es nicht. Aber es kam wirklich so aus dem Nichts. Und er hat sehr, sehr lange, es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis er sich dann halt auch wirklich beruhigt hat. Ich habe ihn dann letztendlich in die Trage genommen, weil ich ihn dann so ganz nah an mir dran habe. Und da hat er sich dann auch nach ein paar Minuten tatsächlich dann beruhigt. Und das Köpfchen fiel immer dann so nach vorne, habe ich gemerkt. Und habe dann auch gemerkt, okay, der will halt auch schlafen, er ist müde. Ja, und seitdem pennt der. Ja, zu Hause, was wir auch noch gemacht haben, wir haben ein Paket abgeholt von Sergent Major, wie auch immer. Und ich stehe so ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem Paket, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache es zu Hause auf, dann kann ich euch auch noch ein bisschen was zu erzählen, warum, was mit diesem Paket los ist. Das heißt, das machen wir gleich zu Hause. Wir machen das Paket auf. Ich zeige euch, was drin ist. Dann müssen wir noch Essen kochen. Oh, das ist so der Plan. Und ich wollte eigentlich noch ein bisschen aufräumen, aber das wird wahrscheinlich nichts mehr. Mal gucken, wie das dann auch heute mit dem Schlafengehen klappt und so weiter, weil der Junior auch ein bisschen eingeschlafen ist im Auto. Es ist später am Abend. Die Kinder schlafen, Gott sei Dank. Es ist jetzt 10 von 9. Und wir haben auch gerade erst gegessen. Wir machen jetzt hier das Paket zusammen auf. Ich weiß nicht, ob euch die Marke was sagt. Ich gehe da ganz gerne immer mal vorbei. Die haben mitunter wirklich sehr schöne Kinderkleidung, wie ich finde. Und wir haben auch so ein paar schöne Sachen zur Geburt geschenkt bekommen. Und ich habe eine E-Mail bekommen, dass viele der Kindersachen 50% reduziert sind und vor allem auch Herbst-Winter-Mode. Und da habe ich gedacht, perfekt. Es waren nämlich auch Winterjacken dabei. Der Junior braucht nämlich ganz dringend eine neue Winterjacke. Und ich habe auch zwei gefunden, die uns gut gefallen haben. Und ich habe beide bestellt und in den Warenkorb gelegt mit dem Gedanken, halt auch für die, die uns halt besser gefällt. Und die behalten wir. Die andere geht zurück. Und habe halt dann noch so ein paar andere Sachen damit zugestellt. Ein paar Pullis und einen Schlafanzug und noch was für den... Nee, ob es was kleines. Schon kurz nach der Bestellung kam dann eine E-Mail, dass ein Artikel storniert wurde. Wahrscheinlich, weil er doch nicht so oft verfügbar war, wie er dann bestellt wurde. Da war ich sehr traurig drüber, denn das war ein sehr, sehr schöner Pullover. Aber gut. Und dachte ich, machst du nichts, passiert. Dann hat es erst mal mehrere Tage gedauert, bis ich überhaupt da irgendwie was von gehört habe, von dieser Bestellung wieder. Und dann, ich glaube, nach fünf oder sechs Tagen kamen dann nochmal zwei E-Mails, dass im Prinzip fast alle Artikel meiner Bestellung storniert wurden. Inklusive der Jacken, weswegen ich überhaupt bestellt habe. Und da habe ich mich sehr drüber geärgert. Das fand ich echt sehr, sehr ärgerlich. Das, weiß ich nicht, ist dann wahrscheinlich beim Packen des Pakets aufgefallen, dass diese Artikel nicht mehr vorhanden sind. Und das fand ich einfach echt doof. Weil wegen der Jacken habe ich ja überhaupt erst bestellt. Heute kam das Paket. Verschickt wurde mit UPS. Der hat so getan, als hätte hier geklingelt. Hat er aber nicht, denn ich war zu der Zeit auf jeden Fall 100% zu Hause, als er angeblich hier gewesen war. Er ist wahrscheinlich noch nicht mal jetzt überhaupt hier hingefahren. Hat das direkt da beim Kiosk abgegeben. Und was mich jetzt so wundert, da müssten jetzt eigentlich drei Artikel in dieser Bestellung sein, in dem Paket noch, die noch übrig sind. Aber in den E-Mails, also das steht halt auch online in meiner Bestellung drin, auf der Webseite. Aber in der E-Mail ist immer nur von zwei Artikeln die Rede, die in diesem Paket drin sind. Ja, das ist jetzt hier große Überraschungsbox, ob da jetzt drei Artikel drin sind oder nur zwei. Wir schauen mal nach. Ah, nee, es sind alle drei Sachen, sehe ich gerade. Das ist schon mal ganz gut. Fraglicher Artikel, der, wo ich sicher war, ob der mit drin ist oder nicht, das ist nämlich ein Schlaganzug für den Großen jetzt. Oh, der ist richtig dick. Der ist wie so ein Sweatshirt fast schon. Oh, sogar, oh, der ist aber schön. Das ist das Oberteil. Mach mal das Schild nach hinten. Und hier, also wirklich sehr schön, hat so ein Dino-Vulkan-Motiv. Beim Vulkan ist das hier auch noch aufgesteckt. Also ich muss sagen, die Sachen qualitativ sind die richtig toll. Dieser Pyjama hätte jetzt so regulär 23,99 Euro gekostet, steht hier. Und das ist halt dann die Hose dazu. Die hat auch hier so ein Band. Ja, den finde ich super. Den finde ich richtig schön. Perfekt für den Herbst und den Winter. Und dann war jetzt noch ein Puni übrig, den ich für ihn bestellt habe. Der hätte eigentlich 26,99 Euro gekostet. Und so. Der ist aus so, ich glaube, in der Beschreibung steht Molton. Aber, keine Ahnung. Also es erinnert so ein bisschen an Vlies, finde ich. Und ich dachte, das ist halt mal was anderes zu dem, was er halt sonst immer hat. Sonst ist der halt wie so ein Sweatshirt. Und hat halt hier an der Seite nochmal die solche Aufnäher. Mit Reißverschluss hier vorne. Ja, der ist auf jeden Fall auch schön warm. Also, den finde ich auch ganz hübsch. Und, das ist jetzt das für den Knirps. Das hätte eigentlich 27,99 Euro gekostet. Hätte ich für den Preis wahrscheinlich niemals gekauft. Das ist nämlich ein Halloween-Set. Auf Gottes Willen, auch Samt. Erst einmal, es ist jetzt noch aneinander. Guckt euch das mal an. Ist doch so süß. Eine Mütze, die halt aussehen wie so ein Kürbis. Wie ein lachender Kürbis. Oh mein Gott, das muss ich hier morgen mal aufsetzen. Das sieht bestimmt so witzig aus, wenn man die anhat. Und, ja, das andere dazu gehört dann halt ein Strampler. Wie gesagt, der ist jetzt aus dunkelblauem Samt. Mit Füßen. Und das ist halt so ein Halloween-Motiv. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen in der Kamera. Aber das fand ich ganz süß. Und so für den Preis, wo es dann da angeboten war, habe ich gedacht, ach komm, nimm sie das mal mit. Ja, und das zieht dann auf jeden Fall Halloween an. Und ein paar Mal mehr hoffentlich dann auch noch. Ja, das finde ich ganz süß. Und diese drei Teile jetzt insgesamt, was noch übrig war, das waren jetzt 40 Euro, die ich dafür bezahlt habe. Und kann man Ihnen sagen, wie ich finde. Weil, wie gesagt, die Qualität von der Kleidung ist wirklich nicht schlecht. Die ist wirklich ganz gut. So, das war jetzt noch das Letzte, was ich heute Abend machen wollte. Sonst passiert hier nichts mehr. Deswegen beende ich jetzt auch diesen Vlog. Ja, wie immer freue ich mich sehr über Daumen nach oben und Kommentare. Und ich habe es schon mal gesagt, wenn auf so einem Kanal eine gewisse Zeit lang Pause war, tut es denen sehr, sehr gut, wenn, ja, viele Daumen nach oben kommen und viele Kommentare. Deswegen freue ich mich sehr darüber, wenn ihr das so ein bisschen beherzigt. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.